Herzlich Willkommen zurück bei Zooter Q2. Ja, wir brauchen hier gerade das rotes Dichler-Voliere-Gehege-Teil. Ja, ne, die waren nicht hier vorne, genau. Dann kommt hier noch so ein bisschen so bam bam. So. So, ähm, können wir noch ein bisschen das und das und das und alles Mögliche. Ein bisschen hier, äh, davon, natürlich. Und, ähm, nein, das nicht, das wollte ich nicht, ich wollte das hier. So, und, ich glaube, das war das hier, oder war das... Das war hier, ne, ja. Fuck, die gucken immer noch ein bisschen raus, aber es ist egal. Es sind zwar hier asiatische Pflanzen, aber ist ja jetzt egal. Ja. Ähm, was ich an den Pflanzen nicht mag, die sind so, ja, so, grau-brau, äh, grau-grün, so. Die sind nicht so schön knackig wie hier. Na, okay, die jetzt nicht, oder hier das Grün, die ist so schön knackig wie die, die Farben. Das mag ich daran nicht so. Aber egal. Da, kann man hier jetzt noch so ein bisschen ein paar Bäume reinstellen. Dass die Vögel sich da auch theoretisch draufsetzen könnten. Ähm, mal den mal weg. Dann kommt der da hin. Und der kann auch noch hier hin. Und dann hätten wir es auch hier. Ist das die richtige Größe? Gut. Ähm, hier, das kommt weg. Das kommt raus. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So. Ähm, das ist zu klein, das ist zu groß, das ist richtig. So. Mittlerweile, ich bin immer noch in der Aufnahme, wo wir eigentlich alles bis auf, oder wo wir das Teil hier angefangen haben. Und wo ich Steam-Daten gesichert habe. Und mittlerweile müssen die auch fertig sein. Hoffe ich mal. Na, dann müssten die eigentlich sogar. Zumindest sagt das Steam von der Zeit hier. Aber jeder, der Steam hat, wieso der da halt angemeldet ist und sich da schon mal Spiele gedonaut hat und all sowas. Der weiß, dass es Steam mit den Zeitangaben nicht so genau nimmt. Da hat man schon mal eine Zeitangabe, ja, das Spiel ist runtergeladen in 22 Stunden. Da hat man das in 4 Minuten runtergeladen. Keine Ahnung. Steam hat es da nicht so mit. Die Hauptsache ist, dass das Spiel dann überhaupt runtergeladen ist. So, dann können wir noch, wie das und so und das und alles mögliche. Ups, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich das. So. Da steht noch einer über. Da ist einer drinnen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir da vielleicht noch irgendwie einen Papagei oder bodenbewohnenden Vogel aus Südamerika reinmachen könnten. Übrigens ist mir das auch mit dem... Da sind aber zu wenig Bodenpflanzen drin. Ich glaube, ein hier so ein Busch, das wäre nicht schlecht. Hier hin. Ich komme gerade nach. Ja doch, das ist okay so. Dann hole ich mal hier einen Vogel aus. Ach gut. So. Hier irgendwie 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Und da irgendwie auch 4. 1, 2, 3, 4. Wir hatten 4. Und hier haben wir noch so einen amerikanischen bodenbewohnenden Vogeltaubenteil. Der frisst aber Körner. Das dürfte aber nicht so das Problem sein. Die hier unterzubringen. So. Und der mag Bananen. Und Äpfel in Eisblöcken. Und dann kann man hier von einem von denen hier... Kann man dann einen darüber tun. So. Und dann haben wir hier. Dann haben wir da irgendwie 2 oder 3 rein. Falls einer von euch weiß, was das für ein Vogel hier ist, der hier... Bitte schreibt es mir hier. Ich suche es die ganze Zeit lang. Und ja. Ich weiß es immer noch nicht. Gut. Ähm. So. Das Gehege ist fertig. Dann... Würde ich sagen. Können wir mal gerade... einen Rundgang durch den Zoo machen. So. Jetzt sind noch Besucher. So. Aha. Aha. So. Holen uns hier halt dadada. Karte. Gehen hier weiter. Perfekt dazu. Gucken dann hier so. Die Mungoos. Nur mal welche da wären. Glaube ich nur. Oder sind die alle tot? Ich glaube, die sind alle tot. Hier haben wir Schildkröten. So. Ohne Ende. Schade. Müssen wir halt neue Mungoos kaufen. So ist das Leben nun mal. Dann kann man hier hochgehen. Hat eine wunderbare Aussicht auf den Zoo. Die Schweine und alles mögliche. Auf Backstage-Bereich ein bisschen. Und hier auf dem Parkplatz. Hallo! Sollen wir uns erstmal wieder rausfinden aus dem Labyrinth. So, ein bisschen gesprintet. Dann kann man hier rein. Mal kurz hier in den Backstage-Bereich gehen und uns das angucken. Mundjack. Ja, kleines Mundjack. Da sieht man auch, die haben hier die Zähne da. Da sind die Zähne. Pfauen. Das ist für ein Männchen. Kann das sein, dass das hier so die Ecke da, irgendwie mit dem sein Lieblingsplatz ist? Das mit dem Dingens, das mit dem, äh... Tierpfleger benennen, lasse ich auch, glaube ich, einfach mal. Jetzt hat man hier ein bisschen Blickfeld drauf. Dann haben wir hier die Schweine. So. Ich glaube, die fühlen sich auch sauwohl. Ha, 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 ha. Ja. So, genau. Dann kann man hier nämlich... Don't feed the enemies. Dann kommt hier so in das Gehege rein für die... Ja, ich frage gar nicht erst. So, hier so ein Schweinegehege, alles mögliche. Das Haus, dann... Kommen wir hier hin. Hat man hier so... Ja, ich glaube, da müssen wir ein paar mehr Tierpfleger einmachen. Aber das Gehege... Das Außengehege gefällt mir schon ganz gut so. Okay, der Felsenpinguin hat schmutziges Wasser. Das muss natürlich nicht sein. Aber jetzt ist die Setzung. So, dann kann man hier halt noch ein weiterer Backstage-Breich. Hier sind die kleinen Pferdespringer, die Düchen. Ne, so. Oh, hier hat nochmal die Schweine. Ach, die haben hier Weib benutzt, der lag vorher da. Also, da fliegt da unten der zweite. Und da hinten... Da werden, glaube ich, gerade Schweine-Babys gemacht. Backstage. Pinguin-Haus. Oh, ein kleiner Baby-Pinguin da. Ja. Pinguine. Noch ein kleiner Baby-Pinguin. Das ist ja noch ein weiterer Backstage-Bereich. Also... Ja, bin ich schon zufrieden mit dem Zoo. Das ist halt nur die Frage, was wir hierhin machen. Ich glaube, ich fahre euch hier dann mal wieder so ein paar Bäume hin. Das ist ja nicht alles so. Ne? So Gehege an Gehege gequetscht. Keine Ahnung, was ich hier mache. Vielleicht so... Hm... Kleine Antalope oder sowas. Gucken wir gerade, wie viel Zeit ich habe, weil ich... ...habe jetzt echt extrem Zunger. Und deswegen würde ich echt gerne was essen. Na komm, wird das halt einfach mal eine 10 Minuten Folge, so eine kleine Übersicht. Ne? Das war unser Zoo. So, ich kann ja nochmal zeigen. So, das ist er. Verabschiede ich mich damit für diese sehr kurze Folge. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. I慘 jung.